Konnichiwa Leute und ja, herzlich willkommen nun zu Destiny Beta auf der PS4. Nun kommt der PvP Multiplayer Gameplay, was ich euch natürlich ja auch nicht vorhin halten möchte. Es nennt sich halt Schmerzstiegel, das findet ihr eben halt auch, wenn ihr eben halt rumguckt. Mond kann man noch nichts machen, Erde habt ihr ja gesehen, dass sie eben halt im Russland ist, dass man da eben halt mehrere Missionen machen kann, also halt hauptsächlich ist von der Story. Strike gibt es außerdem auch noch und man kann auch sich Erkundungen machen, sprich man kann irgendwelche Sidequests und so weiteres machen da in der Gegend. Naja, auf jeden Fall, Schmerzstiegel ist mit sechs Smoothies, also man kann aber nur hier in der Beta nur eine spielen, das ist Controller, die erste und naja, das ist immer so eine Sache, weil das ist ja auch wie bei Call of Duty mit Herrschaft, man braucht auch ein richtiges Team und man muss auch richtig eingespielt sein, darum spiele ich lieber so einen Mond nicht so gerne, so mit diesen Einnehmen. Da spielt das eher so, wenn man da so ein richtiges Team ist und nicht so random, aber man kann eben halt jetzt nichts dran ändern, man kann eben halt hier nur diesen Mode spielen und ich habe einfach gedacht, ich würde euch das einfach mal zeigen, war eigentlich sonst ein sehr gutes Gameplay und es gibt auch welche Leute, die haben richtig überpowerte Waffen und so weiteres, die man ja hier über PvE zu PvP rüberbringen kann und so weiter mit seinem Charakter und das ist echt krass, was sie da so schon für Waffen haben und wie die da schon so abgehen, das werdet ihr auf jeden Fall auch noch sehen und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Gameplay und lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. So, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. So, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Der Feind hat Zone A erobert. Er hat Zone C eingenommen. In Führung. Zone B ist sicher. Zone A neutralisiert. Zone A ist sicher. Zone C ist sicher. Zone B verloren. Weiter Zone B erobert. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Zone B mehr Minute hat. anov, Snarket anos B. Der Feind hatauto B. Zone B ist neutralisiert. Zone C verloren. Zone B ist sicher. Fahrt hat Zone C eingenommen. Zone A neutralisiert. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Schwere Munition kommt. Zone B verloren. Feint hat Zone B erobert. Schwere Munition verfügt. Wir haben Zone C neutralisiert. Wir haben Zone C eingenommen. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Zone B neutralisiert. Wir haben Zone B eingenommen. Zone A neutralisiert. Zone B verloren. Zone A ist sicher. Feint hat Zone B erobert. Zone B ist neutralisiert. Zone B ist neutralisiert. Zone C verloren. Feint hat Zone B erobert. Wir haben Zone C eingenommen. Wir haben Zone B eingenommen. Wir haben Zone A erobert. Zone B neutralisiert. Die Zone B Zone B verloren. Zone A neutralisiert. Peint hat Zone B erobert. Schwere Munition kommt. Du hast schwere Munition. Zone B ist neutralisiert. Zone B ist sicher. Zone A ist sicher. Zone B verloren. Peint hat Zone B erobert. Ihr habt Zone C neutralisiert. Ihr habt Zone C eingenommen. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Zone B neutralisiert. Ihr habt Zone B eingenommen. Zone C verloren. Weiter Zone C eingenommen. Mäh sie nieder. Sei keine Gnade. Zone C neutralisiert. Zone C neutralisiert. Ihr habt Zone C eingenommen. Ein harte Kämpfe der Sieghüter. Nehmen in eine liberal schtradte und leyend. Das strükt auf dem jetzt auf dem Text im chocolateé. Jetzt sehen wir ihn. Von den Sch convey'deuer! Ich rufe dritt selbst. Dass er schnell ganzbar ist. Untertitelung des ZDF, 2020